Ach, eben dachte ich, woher das ist in Englisch geschrieben. So, das sind Erbsen. Erbsen. So. Ich meine, ich spiele Fälle rein, ob das was passiert. Tatsache, nur springen dürfen wir nicht. Okay, das ist... Ach, Bambus. So. Bambus. Was war das jetzt wieder? Lieg. Ach, ähm... Lauch. Genau. So, was sind das hier am Muster? Okay. Schilder. Warte, noch mehr. Ach da. So, das ist Lauch hier. Zack. So, okay, so können wir das Ganze machen. Das geht. So, jetzt muss ich mal wieder gucken. Ich habe die Übersetzung nämlich immer noch da liegen. Ähm... Wo waren wir denn? Erbsen sind Pies. Jetzt muss ich mal gucken, nämlich, was wir hier noch an Saplings haben. Tee, Zucchini, Reis... Tee, Zucchini, Reis... Zellerie... Zellerie... Zellerie haben wir jetzt schon. Mal gucken. Kiwi... Tomatenkaffee... Kiwi... Korn... Na, was ist er? So, okay, dann haben wir schon wieder mal ein paar Sachen zusammen hier. Da haben wir noch ein bisschen was drin. Da sind hauptsächlich Baumsetzlinge. Da müssen wir auch mal gucken, was wir hier mehrfach haben. Das wird einfach mal stecken können hier sonst. Ganze 30 Mal zur selben Plantage. Muss auch nicht sein. Ach, Susanne, haben wir noch mal Kaffee. War hier auch ein Natascha drin. Pam. Wo war der denn? Hat er auch Kaffee gelesen? Hä? Hat nun nicht hier irgendwo Kaffee? Na, so ist er. Zack. Wieder rein drin. Huch. So, Korn. War Korn nicht Mais? Komm, Korn sieht. Mais hat gut. Na, siehste. Tak, tak, tak. Dreht wieder drei Stück. Wunderbar. Wird natürlich später eine Riesensucherei, ganz klar. Aber okay. So, Pi war Mais. Nee. Aber dann... Pi... Erbsen. Ach, Erbsen. Warte mal. Erbsen. Da. So. Okay. Ach, so. Sellerie ist Sellerie, ne? Warte mal. Kann man das hier alphabetisch sortieren? Nee. Ist ja doof. Okay. Warte mal. Peace Seed. Was haben wir denn? Erbsen? Nee. Quatsch. Sellerie. Ist doch. So. Entschuldige, wenn ich jetzt hier ständig aus dem Bild verschwinde. Aber... Sellerie. So. Den haben wir doch noch nicht. Nicht. Dann fangen wir dann einfach mal an. Sellerie. So. Die Schilder ordne ich jetzt aber alle in der gleichen Reihenfolge an. Nämlich alle so. Sellerie. Da müssen wir halt zur Not nochmal zu dem Feld hinlatschen. Nochmal gucken. Ist ja aber nicht das Problem. So. Ich bin immer noch am überlegen, ob wir das machen. Ob wir hier nicht eine Treppe rüber bauen. Aber wie gesagt. Ist ja auch blöd. Das wollten wir ja nämlich anders machen. So. Weiß ich gar nicht. Kann man die Kiwis nochmal einpflanzen? Kann man mal probieren. Geht. Gehen aber kaputt. Oder kriegen wir da ein Seed raus. Ach da. Kriegen wir da ein Seed raus. Okay. Warte mal. Dann planten wir die mal kurz. So. Kann man nicht drei Sorten Sachen hier rumfliegen? So. Ich habe ja aber gesagt. Äh. Ich sortiere die ganzen Sachen jetzt nicht. Äh. Hier irgendwie. Obstgemüse. Biberbo. Ich kloppe einfach Renn und Jodis. Das müssen wir jetzt nicht alles sortieren. Hier. Alphabetisch oder sonst irgendwas. Dann bist du ja nie fertig. Brokkoli. Ach guck mal. Können wir mal direkt mit ihm dran planten. So. Oh. So. Das wird mega scheißen groß. Aber okay. So. Brokkoli. So. Hier haben wir Kiwi gleich neun. Tch. Ist ja mal gar nicht übertrieben hier. So. Okay. Okay. No. Was mit ihr dann? Also hier Wasserversorgung reicht. Aber Wasser reicht ja. Sieben Felder weit. Irgendwie. Das sieht aus als würde hier Wasser fehlen. Genau ein Block. Ach das wegen. Das wegen dem Schild. Ist doch verklappt hier. So. Was packen wir hier hin? Tomaten. Sweet potato. Was auch immer das ist. So. Schlaue Übersetzung. Wo haben wir denn? Halt. Sweet. Haben wir noch gar nicht. Okay. Ich muss mir die Liste mal. Speichern. Potato. Süßkartoffel. Okay. So. Äh. Süßkartoffel. Passt genau rein. Sweet potato. Das sind Tomaten. Tomaten. So. Zack. So. Da haben wir noch eins. Barley. Winter squash. Ich kann jetzt mal kurz hier. Zeug hochpacken. Übersetzungen hier. So. Bade. Badeerder. Gerste. Huch. Okay. So. Gerste. So. Dann müssen wir dann später nochmal. Wir haben ja noch einige Knochen da. Ein bisschen hier mit Bone Mealer ran und die ganzen Felder mal ein bisschen vorwärts pushen. So. Cotton war Baumwolle. Hilfe. Leck. Baumwolle. So. Ne. Müssen wir auch. Ne. Müssen wir auch. hier auf die Felder machen. So. So. Äh. Hallo? Warum können wir die nicht setzen? Hä? Achso. Dann müssen wir alles zusammen zerlegen. Oh. Macht Sinn. Okay. Achso. Winters squash. Na ja. Das hab ich ja schon probiert. Aber irgendwie übersetzt er das nicht richtig. Ich glaube jeder kann mit squash nicht anfangen hier. Schreibt mir überall squash rein. Hm. Was ist denn squash? Ne. Der lässt das. Squash. Fertig. Keine Ahnung. Lassen wir erstmal aus. Letus. Ich würde mir eine deutsche Übersetzung für den Mod wünschen. Das wäre richtig cool. Salat. Salat. Mit Humsletak. Keine Ahnung. So. Salat. So. Ich übersetze das ja ganz einfach mit Google Translator. Mal gucken. So. Kukumba. Also. Haben wir da schon Gurke. Gurke. Die haben auch komische Namen hier teilweise. Das ist ja schon ein bisschen freaky. Huch. Das ging ja schnell. Aber hier ist doch Wasser. Das reicht doch soweit normalerweise. Guck mal die Felder gehen alle wieder kaputt hier. Mh. No. Mh. Norm- 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 Reicht doch das Wasser. Hm. Naja. Komisch. Egal. So. Gurke. Den lassen wir erstmal außen vor. Garlic und Kaffee. Aber das war ein Garlic. Warten wir doch eben oder? Nee. Garlixit Knoblauch Knoblauch und Kaffee Okay, das kriege ich gerade noch zusammen Knoblauch Ist schon Wahnsinn, was wir hier alles anbauen können Find ich richtig geil Knoblauch So Fangen wir schon in die nächste Feldreihe an Zack, zack Und Kaffee So Zack Wunderbar Okay Den packen wir erstmal da rein Da müssen wir mal gucken Ach, hier haben wir noch Bambus Wenn wir noch Rind planten Rhubarb ist doch bestimmt Rhabarber Na komm, übersatz Rhabarber 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 Wollen wir mal gucken Wenn wir gerade sehen Planten Ja Ja, sehr schön Rso Dat, 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 dat Schilder Rhabarber 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 So Da haben wir noch mit was Füllere Felder Oh, die sind schon voll Guck mal und dann kriegen wir jetzt schon ein paar Raum aus, sehr gut das ist doch praktisch wir haben direkt meine erste erste Kiste, wo wir füllen können hier ach so, da habe ich einen Haufen Nonsens-Schrott drin da müssen wir alles verräumen hier Alter da müssen wir alles noch aufräumen hier in der Kiste, hier immer noch Rammeltasche da ist auch noch alles voll, packen wir mal hier rein so, das kann weg das sind alles nur R-Bäume hauptsächlich ich will jetzt gerade mal die ganzen R-Setzlinge hier machen so so na, viel sind es ja nicht mal Brokkoli Rye, Cabbage, Tee Zucchini Chili Pfeffer Kukumba, hatten wir eben Reis Rote Baga Radieschen ja komm ich packe jetzt hier mal rein das ist ein normaler Samen da sind wir das auch fertig hier so die können wir noch Rind planten und das gucken wir mal so, das ist Chili Pfeffer äh Chili Pfeffer das ist Zucchini was hat man doch aber eben Zucchini hat man auch hier irgendwo Gerste Tomaten Rabada ich kann fast die Schilder da hinten von hier auslesen cool Sellerie, Kiwi ne doch nicht Bambus Lauch Bambus ne haben wir doch nicht ok Juuut dann machen wir hier Zucchini Zucchini